In diesem Film lernen Sie, wie Sie benutzerdefinierte Zahlenformate erstellen können. In dieser Beispieltabelle sind die Werte für Breite, Höhe und Länge der Schaumstoffblöcke in Zentimeter, die Volumina in Kubikzentimeter und das Gewicht in Gramm angegeben. Weil keines dieser Zahlenformate zur Bordausrüstung von Excel zählt, müssen Sie zur Selbsthilfe greifen. So geht's. Beginnen wir mit den Zentimetern für Breite, Höhe und Länge. Markieren Sie den Zellbereich, den Sie formatieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Markierung, wählen Sie Zellen formatieren und dann die Kategorie Benutzer definiert. Um sich unnötige Arbeit zu sparen, wählen Sie im ersten Schritt ein Zahlenformat, das dem Zielformat möglichst nahe kommt, in diesem Fall beispielsweise das Format Tausender Punkt mit zwei Nachkommastellen. Jetzt kommt der Feinschliff. Behalten Sie dabei diese Vorschau hier oben im Blick. Nach der Zahl folgt zunächst ein Leerzeichen, dann die Abkürzung für Zentimeter, die Sie in Anführungszeichen eintippen. In der Vorschau sehen Sie das Ergebnis. Die Anführungszeichen sind der sprengende Punkt. Sie sorgen dafür, dass Excel die Buchstaben als Zahlenformat interpretiert und sich nicht daran verschluckt. Mit OK übernehmen Sie das frisch geborene Format für die markierten Zellen. Jetzt zu den Kubikzentimetern. Hier wählen Sie Tausender Punkt ohne Nachkommastellen als Basis. Es folgen die Zentimeter und die hochgestellte 3, die Sie bekommen, wenn Sie die Ziffer 3 mit gedrückter Alt-Gr-Taste eintippen. Alt-Gr finden Sie rechts von der Leertaste. Abschließend erstellen Sie nach demselben Muster das Format Gramm für die Gewichtsangaben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017